moin aus pampo ich habe hier eine kleine usv von blue walker und zwar heißt das die vi 850 shl aber den akku tauschen den neuen habe ich schon da und ich habe noch nichts gefunden im internet deswegen hört mal ein kurzes video ja hier haben wir sie also mal auf den kopf gestellt da sind vier schrauben drei habe ich schon gelöst die vierte ist hier die muss ich auch noch lösen dazu brauche ich an etwas längeren schraubenzieher das seht ihr ja und dann kann ich das hier magnetisch ausziehen drehe das ganze jetzt mal auf den wieder zurück auf die beine und dann kann ich eigentlich schon das gerät hier abziehen den oberteil das oberteil so dann habe ich das hier vorzulegen und kann hier diese beiden schrauben lösen ja das ist einmal die hier und dann habe ich hier auf der anderen seite auch eine schraube mehr sind das nicht so dann kann ich diesen bügel hier rausnehmen und dann nehme ich die beiden kontakte weg muss natürlich ein bisschen aufpassen dass die nicht unbedingt dann zusammenkommen zack rot und schwarz erkennt man von selbst und dann kann ich die batterie rausziehen und kann dann sofort die neue einbauen rot auf rot schwarz auf schwarz so läuft in diesem sinne vorgeschaffen